Heute stelle ich euch meine neueste Errungenschaft vor, und zwar Mann oh Mann, nur keinen Ärger. Ist quasi Mensch ärgerlich nicht, nur als Spieltisch von Merkur und ich spiele jetzt mal gegen den Computer. Grün beginnt. 5 5 5 5 4 1 3 3 3 6 1 6 3 4 3 1 1 3 6 5 5 Hier unten kann nochmal ausgewählt werden, mit welcher Zahl das Ganze multipliziert wird. Das heißt, die Würfel der Augenzahl in diesem Falle mal 2. Das heißt, macht 2 mal 3 Schritte. 4 4 5 Das sind jetzt 10 Schritte. 2 4 4 4 5 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 Fünf Ganz schlechter Standpunkt Zwei Eins 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 Fünf Zwei Vier Zwei Vier Zwei Zwei Gebrannt gibt es übrigens auch nicht, dann schüttelt er den Würfel. Der Würfel wird angetrieben über einen Ventilator. Das Innenleben zeige ich euch aber dann nochmal. Vier 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 Sechs Fünf Vier Fünf Vier Fünf Vier Ja, hab ich verloren. Grün Gebrannt. So, das ist mein, sozusagen, Mensch ärgere dich nicht Automat. Heute ganz neu. Vier Ja. Vier 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 Vielen Dank.